Obwohl, also Wolken Mario finde ich doch schon angenehmer. Kann ich wenigstens ein bisschen drauf stehen. First Hit! Bababa, jetzt fliegt er. So, ich brauch neue Wolken. Wow, nein, nicht runterfallen. Nicht so gut. Yay. Und, kaboom. Nummer 2. Argo! Na, ich hab doch gesagt, dass es einfacher ist. Ah, verdammt. So, wo kommt er wieder? Oh, Mist, ich hab gleich die dritte noch mit eingesetzt. Das wollte ich eigentlich nicht. Zweite verschwindet, dritte verschwindet. Na toll. Ah, da kommt er wieder. Und, Nummer 3. Yay. Wie viele große Käfer es in irgendwelchen Bäumen im Welper ergibt, kann ja nicht wahr sein. Ah ja, Mario, Insektenwernicht, Klempner und nebenbei auch noch Held. So wie wir ihn kennen. Und, wieder ein Stern mehr. So, eine Münze. Hey, eine ganze. Zack. So. Dann haben wir das hier alles fertig. Okay, hier kommt garantiert dann noch ein Schabernakomet hin. Riesenwasserfall. Ja, da schauen wir doch mal. Ah, ja, doch, ich weiß es wieder. Ich sollte 15 Münzen für den... Numa auftreiben. Und 15 hört sich... Obwohl, nein. Nein, das war was anderes. Das hier war die Yoshi-Stage. Ah, Yoshi. Okay, aber hier sollte ich auch Münzen für den Numa auftreiben. Aber mehr als 15. Ich glaube 30 oder so. Nein! Ich würde auf dich drauf springen. 14. Hopp. Genau. Da-da-da-da-da-da-da-da. Shit. Und dann? Yoshi 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 Hunger und Feuer und Hassel nicht gesehen, es brennt Burning Yoshi! Ah! Das ist irgendwie eine ganz doofe Perspektive gewesen. Das ist doof schräg. So, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich genug... Ah! Einsammle Einsammle Und hoch hier Nein, nein, nein Hier ist ganz viel So Okay, da habe ich irgendwie so ein bisschen Jochi verloren Okay, Mario kann das nicht Essen, habe ich jetzt auch nicht erwartet Sieht auch nicht so essbar aus, müsste ich sagen Nicht so sehr zumindest Ah Ah Hä Okay, warum ist er gerade bei der Schräge Gegengewand Okay, das kann ich verstehen Ich will noch die beiden Münzen Yay, Münzen So Ich mache das hier nicht, weil ich das nicht kann Sondern, weil ich einfach die Münzen haben möchte Okay, das war dämlich Ich gehe zurück Und weg Hoch mit dir Kleines Vieh Lauf Okay, wir sind oben, aber Ne Ich stehe es da, komm Luma will alle haben Bis auf die Goombas wahrscheinlich Yay Bäm Nee, und hoch Obwohl ich mich besser fühlen würde, wenn ich den Goomba auch noch mitnehmen würde Aber Aber So genau Würden sie es bestimmt nicht haben Yay Yoshi Ist da links noch? Au Boah Mieses Gummertier Da Nicht schön hat Musik Da 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 Und ein neuer Yoshi Und ein neuer Yoshi Prima So Bis auf den Goomba alles Woah Oh, das war viel So Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch alles einsammeln einigermaßen Ich kann die Steuern Ja, ich kann sie nicht einstellen Oh, nein Verdammt Nein Moment mal Beide ich meine Münzen? Tch Wie sieht es mit den Münzen aus? Uh Oh Null Null Münzen Moment Äh Zurück zur Galaxienkarte Ja Ich sterbe sonst und gehe game over Okay Okay, ich brauche ein paar Ich muss hier raus Auf ins Raumschiff Ich brauche ein paar Leben Gut, dass hier ein paar versteckt sind Okay Den ganzen Spaß nochmal Ich darf nicht drauf gehen Gut zu wissen So Also ich könnte mir einen nehmen Ich bin Er so viel glaube ich Ich könnte mir eins mit Yoshi holen Ich will mir erstmal eins mit Yoshi Hey Zack 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 So Mom 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 Lecker 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 Frucht 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 Gegenlauf erreicht ja auch Wäsche nicht Schlammern Ja, ganz grüß. Yay, life is life. Na 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 na. Ein Brief für mich mit hoffentlich Leben drin. Rede mit mich. Mario, ein Brief für dich. Yay. Oh, du hast den paar Stellen der Honigblüten-Dalaxie gefunden. Nicht schlecht für einen jungen Biene. Du hast schon lange danach gesucht. Nimm diesen Mann ab. Pizza, Zeichnung, Anerkennung. Yay, die Honigbiene. Deine Honigbiene. Und Yoshis Nase ist in dem Tod. Yoshi, nimm deine Nase raus. Das ist eklig. Und jetzt aber nochmal. Ich glaube, 30 Winzen sollte ich sammeln, oder? Ich hatte schon 24, 25 ungefähr. Also es war gut. Einigermaßen. Na gut, ich hatte auch echt alles eingesammelt bis auf den einen Gummer. So, jetzt nochmal. Yay. Yay. Bam. Nicht, dass die Brücke hier einstürzt. Werd' ich mir glatt vorstellen. Yay. Und zielsuchend. Yoshi. Münze, 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 Münze. Und Pfeffer. Ah, Pfeffer. Nein. Lauf. Ja, ja, ja. Der Yoshi-Turbo. Und weiter. So. Ah, da hinten war wieder ganz viel Sternstaub. Ich hab' alles verpasst. Ich hab' alles verpasst. Äh. Yay. Ach, vorbei. Okay. Machen wir erst mal, dass hier oben wohlt. Nein, ich werd' den Gummer noch töten. Toll. Sternstaub. So, ein bisschen weiter links. Yay. Anfang an. Sauber. So, und jetzt gleich ganz viel. Und für Sternstaub. Yay. Das war gut. Hm, ich glaube, ich schlapp' einen Checkpoint. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich am Ende springe. Das war aber auch doof. Nein. Was, wir Münzen und ich krieg's nicht eingesammelt. Moment mal, ist da noch was rechts? Das soll eine Plattform. Äh, ein Sternstaubteil? So, ein Sternstaubteil. Oh. Yay. Aber wie gesagt, das hier ist zum Leben bekommen. Und in dem Fall bei mir zum Münzen bekommen. Wenn ich alle Gegner töte, dann krieg ich ein Leben. Wo das jetzt zum Münzen bekommen einfach viel, viel geiler ist. Was soll ich mit dem Leben? Also ich, klar, ich bräuchte ein paar Leben, aber ich brauch viel eher die Münzen. Okay, weg. Ich hab' mich darauf ja auf mich konzentriert. Yay. So, jetzt muss ich nur noch den Luma finden. Und nicht drauf gehen, dann. Das ist auch ne richtige Voraussetzung. Nee. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Yoshi, Yoshi, nein. Verdammt. Er war doch da drüben. Er war doch da drüben. Da hinten, oder? Ich guck' ich guck' jetzt mal, wieviel er will. Wo wir grad hier sind. Yay. Toll. Lass mich raten, 30 oder so. Und ich hatte schon 40. Danke. Ja, ja, ich hab's verstanden. Runter von dir. Na. Toll. Nein. Ich hab keine 30. Nein, mach ich nicht. Okay. Hm. Hm. Okay, die Zeit bei mir wird knapp. Das mach ich beim nächsten Mal. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.